Ja, hi! Ihr seid mal wieder in meinem wöchentlichen Genshin Impact Bericht hier auf Abo Zockt und ich habe für diese Woche für euch zwei Sachen, die sich gegebenenfalls lohnen. Das eine ist, hier nehme ich ja Vorquellen des Verständnisses, da gehen wir einmal kurz in Aktionsdateils. Ihr habt hier die Möglichkeit, für eure Charaktere zum Aufleveln hier diese Elemente zu erhalten. Es gibt immer wieder unterschiedliche Sachen, wie ihr mal sehen könnt. Hier gibt es sogar noch ein bisschen Erfahrungspunkte und das könnt ihr machen. Dazu gibt es immer drei Stück am Tag, die euch dann halt doppelte Beute sozusagen vergönnen. Das heißt, ihr könnt schneller aufleveln. Und das Zweite, was es gibt, ist hier tatsächlich Fahrt der Reminiszenz. Und dazu müsst ihr einen vorhergehenden Auftrag abgeschlossen haben. Den kann man dieses Mal tatsächlich nicht überbrücken. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich bin da noch nicht. Das so heißt, ich kann euch nicht zeigen, was da passiert. Aber wenn ihr diesen Auftrag hier, der aufgewühlte Himmel an jedem Tag abgeschlossen habt, dann dürft ihr hier auch an diesem Ereignis teilnehmen. Und damit habt ihr auch schon die beiden zwei, die zwei Aktionen, die diese Woche anstehen. Und ich sage mal wieder, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Gefällt euch das Ganze? Denkt daran, bitte lasst ein Abo da. Und dann sage ich mal wieder, have fun, euer Abo-Rahmen. Bis demnächst hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Bom, ciao. Vielen Dank.